Also ich glaube, hier sind all die, die so ein bisschen aussteigen wollen aus Mainstream, die kleinen Designer oder die, die einfach ein bisschen individueller sein wollen. Die Menschen sind sehr gemischt. Wir haben hier wirklich viel Kreative, die einfach mal was anderes wollen. Das läuft ja auch gut und gerne mal so, dass man mittags um vier auf einen Kaffee hergebeten wird und man den Klatsch und Tratsch aus der Nachbarschaft bespricht. Also es ist wirklich ein sehr, sehr familiäres Umfeld, wo man sich ganz gut wohlfühlen kann.